Welcher Gestank hier herrschen muss. Alles gut. Warnung, Wartung überfällig. Patrouliere. Das Schiff hier ist wirklich rätselhaft. Eindrucksvolle Befestigungen. Alles gut. Schlecht für das. Ahoi, Soldat. Chip zurückgehalten. Belohnung erteilt. Diagnose zeigt bestehenden Fehler an. Lenkradarsender nicht funktionstüchtig. Ersatz erforderlich. Was stimmt mit dem Sender nicht? Diagnose ergebnislos. Kein funktionstüchtiger Mr. Handy für genaue Analyse verfügbar. Empfange Poseidon-Radarsender an angegebenen Koordinaten. Weitere Belohnung wird nach Abschluss erteilt, Sir. Die Klümmerer nicht mehr werden. Wo ist die Klümmerer? Da ist sie noch nicht mehr. Der Krim wird ausgesprochen. verlangt dann werde ich ihren wunsch wieder willig erfüllen er ist der mart erlaubnis zur vernichtung des eindringlings verweigert die bekam ich so nicht auf es ist eine ehemalige umwobenen schiff zu dienen die Untertitelung des ZDF, 2020 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 das schiff hier ist wirklich rätselhaft es ist doch da hat sich jemand beim befehl beraten sie sich mit dem bootsmann und mister navigator es ist notwendig mit dem kämpfen ins gespräch zu kommen sie waren unserem edlen schiff von großem dienst trotz vieler provokationen hatte ich gehofft unseren lenkschiff ohne gewalt von den plündern zurückzuholen selbst jetzt planen sie noch ihre rache warum sollte ich die plünderer schonen ich gebe zu sie sind eine schande diese schurken haben viele meiner marines getötet wir sind nur noch eine rumpftruppe dank dieses abschaums aber sie sind bürger des commonwealth wir haben geschworen sie vor feindlichen einringlingen zu schützen die ironie lässt sich nicht von der hand weisen ich sollte ihre bemühungen wohl mit einer letzten aufgabe belohnen wir sind eine haresbreite davon entfernt zu unserer heiligen mission aufzubrechen kannst du mir jetzt sagen was los ist erfüllen sie ihre aufgabe dann erzähle ich von unserer mission bis dahin schweigen wachsamkeit das schiff benötigt turbopuppen kugelager von einer fabrik in der nähe das ist zweifellos eine gefährliche mission aber ich vertraue darauf dass sie es schaffen werden war noch wartet war so überfällig wachsamkeit wir die Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018